Hallo Freunde ich wollte ganz gerne den Aufbau einer Solaranlage vorführen mit einem Wechselrichter und zwei Anlagen von Solarland jede Anlage hat in etwa 250 Watt hier ist eine umgedreht damit man die auch mal von hinten sieht wie die aussehen so und jetzt werden ganz einfach die Anschlüsse plus und minus da angeschlossen eingesteckt die zweite Anlage auch einfach nur die Anschlüsse anschließen dann haben wir schon mal die beiden Solarzellen quasi anderen Wechselrichter angeschlossen und jetzt können wir an den Wechselrichter auch so eine Steckverbindung die beiden zusammenstecken dann haben wir da ganz normales Kabel für die Steckdose dran angeschlossen so und das können wir dann in die Steckdose rein tun und dann fließt der Strom quasi direkt von der Sonne ins Hausnetz ganz einfach ganz simpel und für jeden machbar viel Spaß beim Nachmachen 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 viel Spaß beim Nachmachen